Jeder, der in meiner Gegenwart weint, wird nie wieder in der Lage sein, aufzustehen. Ich mach keine Späße. Bin ich oder kam der echt aus dem Wasser? Wer bist du überhaupt? Shiki! Nein, Meister! Mistkerl! Was hast du mit ihm gemacht? Selbst wenn ihr euer Aussehen verändert, könnt ihr den Ither in euren Körpern nicht verbergen. Er hat sich in Wasser verwandelt. Wer zum Henker bist du? Ich gehöre zu Drakons Spezialeinheit, den Element 4. Ich bin Laguna, der Geist des Wassers. Hey, wer bist du eigentlich? Arsenal Mark One! Ich bin ein Held, der durch den Kurs muss peht! Du kannst es mit Wasser blockieren? Unterschätze auf gar keinen Fall die Macht des Wassers. Wasser kann sogar Metall schneiden. Nimm das ihr! Die weißen Kugeln der Heiligen Macht! Weißkönig! Kleinkaliber bewirken gar nichts. Die Macht der Dunkelheit, geboren aus dem Schatten. Lade Grumbusker! Gekleidet in Blammen, Macht der Könige! Hey, du! Kannst du die Kugel nochmal ohne Lebensgeschichte abfeuern? Das geht mir auf den Sack. Ich bin ein Held und ein Held gewinnt immer!